Heute ist der 3. November 2017. Ich bin wieder in Ruanda. Ich bin der Vorsitzende von Konea Help. Mein Name ist Klaus Renken. Und wir konnten wieder vier Patienten in Ruanda glücklich machen. Es ist uns wieder gelungen, vier Transplantationen durchzuführen. Und wir hoffen, dass es gelingt. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Und die Patienten folgen den Anweisungen des Arztes. Ich bin wieder richtig glücklich, denn gestern hatten wir einen Termin bei der Ministerin für Gesundheit. Und sie war ganz begeistert von unserer Arbeit. Und will uns unterstützen und hat gleich Anweisungen gegeben, dass ein großer Bericht gemacht wird. Und dass die Ruandesen Informationen bekommen, was wir hier in Ruanda machen. Ganz wichtig wäre, dass eine Augenbank entsteht. Und dass das Umdenken der Einwohner kommt und dass sie ihre Augen nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Nein, lasst eure Augen den Leuten, die sie ganz dringend brauchen. Ich bedanke mich nochmal für die gute Zusammenarbeit mit allen hier in Ruanda. Ich bedanke mich bei Nuala und hoffe, dass wir in der Zukunft noch vielen, vielen Menschen hier in Ruanda helfen können. Ich bedanke mich bei Nuala und hoffe, dass wir in der Zukunft noch vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Nuala und hoffe, dass wir in der Zukunft noch vielen, vielen Dank.